dann gehe ich glaube ich hab dir gerade ein bisschen alu zugeworfen mehr haben wir im moment nicht ach da habe ich ja noch erde geil wenn du erde findest ich brauche im moment ganz viel so dann haben wir marmor jetzt noch ein bisschen marmor dazu weil zweites stockwerk wird auch aus marmor du brauchst zwei teile alu vier teile eisen vier teile ob sie ich habe zehn eisen dabei die kann ich schon mal reinschmeißen du brauchst zwei eisen zwei obsidien und fünf alu war die mich schon so das weiß ich jetzt immer 100 pro gut dann gehe ich mal ob sie dich aber weil ich eben hergestellt habe ich würde ja auch gern mit texturenpaket arbeiten alu ist so rosäfarben er hat auch ein anderes texturenpaket drauf patrick fix oder sortex aluminium ist eigentlich bei sortex auch weiß ich meine ich kann gern noch mal versuchen ob ich jetzt so ein texturenpaket aktiviert bekommen aber die gefahr ist mir ehrlich gesagt beim stream viel zu groß nicht dass ich dann wieder stundenlang eben nicht dass ich dann wieder stundenlang ohne bild da hoch so außerdem das will ich anhaben veröse habe ich dir auch schon ordentlich was da hochgebracht das glas will ich hier haben die die sticks das brauche ich das kann ich vielleicht brauchen das brauche ich auf jeden fall dass das 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 ich glaube ich habe ein höhlensystem gefunden dann habe ich hier noch kohle das sieht mehr aus wie stopgass ist kein höhlensystem das sieht mehr aus wie eine niedenschacht ok soll ich runterkommen warte ich würde mich gerade dahin das werde ich brauchen das werde ich brauchen elektrotein das ist definitiv ein minenschacht also dann drück mal die daumen dass wir bis hin 100 Volt Energieleitung, Injektivofen, Batteriebox. Scheiße, ist das vielleicht die neue Erweiterung vom, wie heißt es denn? Project Red Expansion, Project Red Transmission, ist das die neue Variante von Project Red? Ich glaube ja. Okay. Pushit, wir sind unten im Talk 1, du hättest rückunter kommen können. So, die tu ich mal hier hoch. So, ich tu mir auch viel Spaß, äh, Wienforschlupf. Viel Spaß. Bringst du mir was mit, was Spannendes, was zum Spielen und Schokolade. Hallo, was muss ich denn? Ja, Logo. Aber nur die zarte Herrenschokolade von Rosetto, nur echt mit dem Rosettomor. Nein, oh nein. Nein. Ich sag Rosettomor und Martin taucht auf. Komisch. Sicher. Was ist los, Martin? Du klingst aus Atem. Ja, na, siehst du. Ich hab gerade hergeschaut. Achso. War der Film so traurig? Ja, das Geld hast du ja ausgegeben. Auf dem, Max, dieser Spielwarenhändler, da, was sie, was sie, jetzt hat er gerade, äh, 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 Master of the Universe Sammlung aufgekauft. Da war eine Figur dabei, die hat gekostet 1800 Dollar wird. Ja, ich hab gestern Abend sowas, ich hab gestern Abend sowas ähnliches geguckt, ähm, da haben sie den Inhalt von, äh, Garagen in den USA verkauft, wo die Leute nicht mehr bezahlt haben. Irgendwann werden die ja aufgemacht und der Inhalt wird verkauft. Da hat einer, äh, 1200 für den Inhalt bezahlt, hat dann durchgeguckt und, äh, laut seiner Aussage war nur Müll drin, macht eine Kiste auf, äh, und da war Kaffee drin. Und zum Glück war ein bekannter von ihm da, das war der teuerste Kaffee der Welt, das Pfund 300 Dollar. Zehn Päckchen drin, das heißt, er hat einen reinen Gewinn von 3000, äh, er hat 3000 Dollar mindestens dadurch verdient. Das schreibe ich mir natürlich noch an, Storage, z.B. Na, oder die Superman, die erste Superman-Figur, das war ja im Prinzip kein Superman, sondern, äh, oder Superman entstand aus einem Stierkämpfer früher. Okay, deswegen auch Escape, ne? Das Gesicht und so weiter, ja. Diese Figur war heiße, 5 Zentimeter groß. Nicht so mal. Knappe 2000 Dollar. Wow. Mit der Original-Schwachtel natürlich. Ja, klar. Mh. Ach du Scheiße, ist das ein Riesen-Mieter-System. Verlauft das nicht. Na, wir wären am Amos, wir haben aber heute wieder nichts los. Besser, wegen der Abstürze habe ich mir gedacht, ich gehe mal fern schon ein bisschen. Ja. Out of Memory. Out of Memory. Wat? Nitrado hat nicht den versprochenen, äh, memory zur Verfügung gestellt. Zugesicherten Memory zur Verfügung gestellt, ja. Bei 20 Leute Out of Memory. Das ist geil. Ähm. Äh, kann ich mir aber bei Nitrado fast nicht vorstellen. Ich würde eher mal sagen, da hat der Heimfeder Scheiße gebaut. Sie waren jetzt am Telefonieren. Ja. Ne, also, äh, wenn das so weitergeht, ist der Server bald tot. Wenn das so weitergeht, ist der Server bald tot. Hä, wieso? Da sind ja noch Kartoffeln. Da sind ja noch Kartoffeln. Ach so, Bartik, hast du das Video angeschaut? Äh, nee, noch nicht. Du, ach. Ja, und hier unten stehen Leute, die warten auf dich. Kann nicht sein, die kennen mich gar nicht. Doch, der hat gesagt, äh, komm, komm, lass den Jens mal herkommen. Wie er das klingt so. Die kennen mich nicht, kann nicht sein, dass die mich meinen. So, ähm. Was wolle ich denn jetzt machen? Holz reinlegen. Die Leute, die Leute reinlassen. Äh, da. Äh, welche Leute? Die warten auf den René auf dich warten. Wie gesagt, die können nicht auf mich warten, weil die kennen mich gar nicht. Die warten bestimmt auf den René. Die müssen sich nicht kennen. Sie wollen einfach nur. Ja, die stehen alle da. Ja, ich will. Ja. Nein. Ah, so. Dann brauche ich Eisen, ne? Ich habe mich so ein bisschen irritiert. Ich höre hier Spinnen ohne Ende. Aber siehst du gerne, oder was? Kann sein, dass ein Gang oben drüber oder unten drunter... Äh, scheiße, ich bin in den Dungeon gefällt. Oh, oh, mit Spinnen. Entschuldigung, aber ich habe mich selber erschrocken. Ich wollte gerade sagen, kann sein, dass du irgendwo in der Nähe von einem Dungeon bist oder dass irgendwo ein Spinnen-Spawner über oder unten drunter links rechts neben dir ist. Oh, Alter. Aluminium und Eisen sind geschmolzen. Das fehlt... Warte mal, Obsidian. Ja, bring ich gleich mit. Ah, okay. Läuft ja alles mal. Unten aus der Schlucht, ne? Ne, ich bin in der Miedenschacht. Äh, Martin, vorhin hatte ich Lecks. Okay. Also ist auch nicht alles Gold, was hier glänzt. Oh, mein Kreuz. Oh, Gott. Dieser Kreuz, wenn man alt wird. Es reicht, wenn es Martin sagt. Ne, ne, ich führe öfters jetzt Gespräche. Hä? Mein Kind beschwert sich gerade, weil es sich voll erschrocken kommt wegen mir. Oh. Oh. Kann ich ja nix sehen, wenn ich hier auf einmal in den Dungeon mit Spinnen schreibe. Ja, schrei mal nicht so laut. Ich bin gerade am überlegen. Ja, wahrscheinlich hätte es dein Kino-Sessel rumbleht, wenn sie es gesehen hätte. Ja, ich glaube, so mache ich das. Irgendwo noch da ist. Wie war das? Ich brauche Kies. Ähm. Was für ein sexuell ansprechendes Minensystem. Ja, also wenn man davon sexuell angezogen wird, naja gut. Äh, warte mal, ich brauche Lehm, äh, ich brauche Ton, ich brauche Sand und ich brauche Kies. Ich muss Sandfarmen gehen. Haben wir Tag oder Nacht? Es wird dunkel, toll. Kann ich dir gerade gar nicht sagen. Äh, ich könnte schwören, ich hatte ein Schwert. Gott. Ich habe den wertvollsten Stein im Überplus hier, ey. Diamant? Limestone. Ah, habe schon gedacht, Cobblestone. Hüpf, hüpf, hüpf. Hü, hüpf, hüpf. Ne, ich bin gerade mal. Hallo. Au. Wo, da? Das so? Was für ein Unger hat, da kriege ich alles drin. Alter. Alter, was ist hier los? Ich habe hier auch gerade Scharfschützen-Skelette. Ich bin hier in einem riesengroßen Raum geschlagen. Das sagen die Älteren zu den Jungen, gell? Hm. Tup. Renn mit mir. So. Mir egal, ähm, ich werde jetzt weiterhin... ...iuhh... ...karotten fressen. Lass es schmecken, mein Herr. Danke. Danke. Das ist in der Hautfarbe. Und man kann gut singen. Ah, und bringt Druck auf die, äh, auf der Füller. Ich esse lieber Zellersalat. Der Föhrer, der Föhrer, der Föhrer, der Föhrer das Anderes. Laura, nein, ich diskutiere darüber nicht. Na, na. Zellersalat für die Möglichkeit. Laura, ich diskutiere darüber nicht. Guck auf die Uhr da. Sie ist jetzt. Zwei. So. Gute Nacht, Laura. Unsere Zeit war schön. Alter. Fließt Karotten und fang den Singern an. Gib's auch. Hehehehe. Love mich doch. Gute Nacht, Laura. Es war schön, dich zu sehen. Ja, wenn es Pavarotti oder so heißen würde, es ging ja so. Es ist noch annehmbar. Ja, das wisst ihr ja alle noch gar nicht. Mein zweitname ist Pavarotti. Nicht, nicht Luciano Pavarotti, nicht Luciano Pavarotti, sondern nur Pavarotti. Aber mein zweitname ist Pavarotti. Also die Leute sind immer sehr erfreut, wenn ich anfange zu singen. Gut, komischerweise sind sie noch mehr erfreut, wenn ich aufhöre zu singen. Aber sie sind erfreut, wenn ich anfange zu singen. Ja. Monster... Ich kann meinen Monster da jetzt bitte sprechen. Ja, ja. Monster hat das Monsterspiel verlassen. Monster-Fratze muss das Monster ins Bett bringen. So, brauchen Hühner eigentlich Licht? Ja, falls sie lesen wollen. Sollen sie einen Antrag auf eine Nachtischlampe stellen? Mama Leone. Kennt jemand von euch das Lied? Und... Hmm... Sind mir noch... Gut. Gut. Vielen Dank. Warte mal, Leiter, also so und den hier hin, so. Dann iPhone, das Huhn. Kein Huhn drin. Nein, nein. Da. Mein Onkel ist ein Huhn, der Schokobahne Eier legt. Okay. Ja, nein, es gibt verschiedene Hühnerarten. Die legen wirklich verschiedene Farben Eier. Aha. Also, wenn sie blau legen, dann würde ich mir Sorgen machen. Ja, die Weißen sind normalerweise aus der Legebatterie. Huch. Entschuldigung. Ja, die gibt's in der feinen Wildbahn auch bei den Hühnern. Okay. Es kommt auf die Huhnart drauf an. Dann gibt's ja noch so die bräunlichen und so wilde Hühner. Huch. Das ist halt die Huhnart. Mhm. Also, wenn sie braun sind, sind sie auch Huhnigens, ne? Nee, dann komm ich aus dem Arsch. Oh. Oh. Oh, haha. Bruchstein, Bruchstein. Kies bleibt da. Du, du. Wow, ich hab einen Sand. Moment. Haben wir eigentlich Tag? Ach, Renni ist doch weg. Ich hätt doch jetzt eigentlich auch schlafen gehen können. Au. Au. Ja, A. Bleibst... Blöde Au. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du kannst mir nicht wegkommen. So, Freunde.